Zum Inhalt und der Gliederung meiner Präsentation. Ich möchte zunächst einmal eine kurze Vorstellung von Darach Scientific als privates Forschungsinstitut geben, damit Sie einfach einen Überblick bekommen. Dann möchte ich darauf eingehen, inwieweit Zellkulturen in der experimentellen medizinischen Forschung heute von entscheidender Bedeutung sind. Weiterhin möchte ich beleuchten den Hintergrund für die durchgeführten Untersuchungen mit der Alpha- und Beta-Essenz, sowie grundsätzliche Überlegungen, was die Dosierung anbelangt. Weil hier muss man sich sehr genau überlegen, dass man nicht in einem Bereich dann testet, wo die Konzentrationen für eine Situation in einem Organismus völlig irrelevant sind. Dann geht es darum, welche Tests wurden überhaupt mit der Alpha- und der Beta-Essenz und auch mit welchen Zellen überhaupt durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchungen wäre der nächste Abschnitt und der letzte Abschnitt sind die Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen und die Übertragung dieser Ergebnisse auf den Gesamtorganismus. Nächstes bitte. Ja, wer ist Deutsch-Scientifik? Zunächst einmal zu meiner Person. Ich bin von Haus aus Diplom-Biochemiker, habe mich aber schon direkt nach dem Studium in die medizinische Fakultät begeben, der Universität Tübingen, und habe dort für das Fach Human Physiologie habilitiert. Ich bin im Jahr 2002, also vor 20 Jahren, ausgeschieden aus dem universitären aktiven Dienst und bin seitdem geschäftsführender und wissenschaftlicher Direktor des privaten Forschungsinstituts Large Scientific Institut für zellbiologische Testsysteme. In der Zwischenzeit habe ich das Ruhestandsalter erreicht, aber für den Ruhestand nicht wirklich Zeit, da einfach so viele Projekte, so viele interessante Sachen in der Forschung im Institut anstehen, dass ich einfach gar nicht aufhören kann. Wir führen im Institut eine interdisziplinäre präklinische Forschung in den Bereichen Medizin, Chemie, Biologie, Physiologie und Biochemie seit mehr als 22 Jahren erfolgreich durch. Grundsätzlich machen wir keine tierexperimentellen Untersuchungen, sondern arbeiten ausschließlich mit organspezifischen Zellkulturen, das heißt in vitro, im Reagenzglas. Wir entwickeln und verwenden international akzeptierte Testverfahren auf zellulärer Ebene, welche eine Vorhersage auf die Situation, respektive die Wirkung in einem Gesamtorganismus erlauben, also auf die In-Vivo-Situation. Nächstes bitte. Auf dieser Folie sieht man einen kleinen Überblick über die Forschungsfelder von Dutch Scientific, so wie sie sich in den letzten zwei Jahrzehnten dargestellt haben. Nächstes bitte. Als Nächstes möchte ich eingehen auf die Bedeutung der Zellkulturen in der Grundlagenforschung, sowie in der experimentellen präklinischen Forschung. Weil es wird immer wieder gesagt, ja, es sind Untersuchungen gemacht worden an Zellkulturen, in wiebei trifft denn so etwas für den Gesamtorganismus zu? Ist das überhaupt statthaft? Ist das überhaupt möglich? Und das möchte ich noch im Vorfeld ein bisschen näher beleuchten. Grundsätzlich beschäftigt sich die Zellkultur mit der Kultivierung von menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Zellen in einem künstlichen Lehrmedium außerhalb eines Gesamtorganismus, also in vitro. Dabei können ganz unterschiedliche Zelltypen aus den verschiedenen Organen oder Geweben isoliert und kultiviert werden. Denken Sie beispielsweise, dass es möglich ist, mit Leberzellen, Nierenzellen, Hautzellen, Herzmuskelzellen, Skelettmuskelzellen und vielen anderen mehr zu arbeiten. Die Zellkultur ist in der wissenschaftlichen Community, in den Bereichen Medizin, Biologie, Pharmakologie, Toxikologie, Biologie, Biochemie, Physiologie und in vielen anderen als Ersatz für Tierversuche absolut anerkannt. Zellkulturuntersuchungen, und das ist der große Vorteil, können in ihrem experimentellen Design an verschiedene Testsubstanzen oder Gegebenheiten angepasst werden. Vorhersagen zu Wirkungen in einem Gesamtorganismus sind möglich. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nächstes bitte. Die Grundausstattung eines Zellkulturlabors. Wie kann man sich so etwas vorstellen? Manchmal sieht man so etwas in Fernsehaufzeichnungen. Aber im Grunde genommen lässt sich die Grundausstattung auf einige wenige ganz entscheidende Geräte reduzieren. Wir sehen in der oberen Reihe verschiedene Arten von Schalen in unterschiedlichen Größen. Wir sehen in der Mitte Kulturflaschen. Und das, was da so rötlich sich darin befindet, das ist das Kulturmedium. Also eine Nährlösung, in der die Zellen kultiviert werden können. Unten links sieht man eine sterile Werkbank. In der kann man dann unter sterilen Bedingungen diese Schalen oder Flaschen öffnen, die Zellen umsetzen, mit ihnen arbeiten, ohne dass man befürchten muss, dass sie kontaminiert werden. Unten rechts den Brutschrank. Das heißt, wir haben hier eine ganz spezifische Umwelt, in der diese Zellen kultiviert werden. Sie sehen auch hier, da sind ein paar Schalen, ein paar Flaschen drin. Das ist sozusagen das Umfeld, wo die Zellen leben. Und auf der rechten Seite ebenfalls ein ganz wichtiges Teil, ein sogenanntes Inversmikroskop. Das unterscheidet sich von einem Normalmikroskop dadurch, dass es ganz anders angeordnet ist, sodass man auf dem Träger eine höhere Zellkulturschale beobachten kann, ohne dass man mit einem Objektiv kollidiert, was normalerweise von oben kommt, bei einem Inversmikroskop von unten. Nächstes bitte. Viele Untersuchungen, die auch bei uns jetzt durchgeführt wurden, zu Alpha- und Beta-Essenz, beruhen auf einem messbaren Farbumschlag durch die Aktivität von Enzymen. Das macht man mit einem automatisierten Gerät, das ist links dargestellt, ein sogenannter Elisa-Rieder. Und was ich unten rechts dargestellt habe, ist dieser Farbumschlag. Zellen, die noch nicht reagiert haben, mit dem Farbstoff, die sind orange, da ist die Lösung noch orange. Und Zellen, die reagiert haben, da haben wir dann diese gelbe Farbe und diesen Farbumschlag, den kann man dann messen, kann es quantifizieren und auf diese Art und Weise auch entsprechende Untersuchungen ganz klar durchführen. Nächstes Bild bitte. Für die Alpha- und Beta-Essenz haben wir zwei verschiedene Zellentypen untersucht. Nämlich einmal für die Alpha-Essenz naheliegend, weil orale Aufnahme gelangt, also zunächst einmal in den Magen-Darm-Krackt, haben wir Darmepithelzellen in erster Linie untersucht. Und in Kultur sehen die so aus, wie hier dargestellt in dieser Mikroaufnahme. Sie bilden erhöhte, so wie alle Epithelzellen, erhöhte Zellschichten in der Mitte, diese rundlichen Strukturen, und sind in der Lage, Wasser hier durchzutransportieren. Und die blähen sich so richtig auf, deswegen heißen sie auch den Namen Dome. Der andere Typ von Zellen ist in der nächsten Folie dargestellt. Das sind die Bindegewebsfibroblasten. Sie sehen schon, die sehen völlig anders aus als die Epithelzellen. Und was man hier auch sehr schön sieht, deswegen habe ich auch diese Aufnahme ausgewählt, diese Zellen teilen sich in Kultur und sie sind auch in der Lage zu wandern, also sich fortzubewegen. Hier sieht man sehr schön, genau in der Mitte, zwei Tochterzellen nach einer Zellteilung. Die Chromosomen sind noch dieser helle Balken gewissermaßen, diese beiden Tochterzellen. Das ist das chromosomale Material, was dann verteilt wird. Und auch diese anderen rundlichen Zellen sind in unterschiedlichen Phasen der Zellteilung. Was man ebenfalls sehen kann, da möchte ich an dieser Stelle auch schon darauf hinweisen, Man sieht so dunkle, wie soll ich das ausdrücken, so dunkle Ruffles an der Vorderseite dieser Zellen, an ganz verschiedenen Zellen kann man das sehr gut sehen. Und das sind sogenannte Ruffling Membranes, mit denen sich eine Zelle nach vorne bewegt, gewissermaßen zieht. Das sind dann richtige Bewegungen, man kann sich das fast vorstellen wie so ein Rochen, was im Wasser schwimmt und sich dort fortbewegt. So ähnlich sieht es dann bei den Zellen aus. Das kann man in dynamisierten Zeitraffer-Videos sehen, da habe ich heute keine dabei. Aber in Kürze werden wir sicherlich welche fertiggestellt haben, sodass man das sehr schön deutlich erkennen kann. Nächste Folie bitte. Jetzt kommen wir zur Alpha-Essenz zunächst. Was ist überhaupt Alpha-Essenz? Die Alpha-Essenz wird aus verschiedenen europäischen Wasserquellen, muss man genauer sagen, nicht nur Quellen, sondern Wasserquellen gewonnen, und durch eine spezielle Behandlung, einschließlich Ultrafiltration, veredelt. Dies führt zu einer Strukturierung des Wassers mit einer hexagonalen Molekülstruktur, dem sogenannten EZ-Wasser oder Exclusion Zone Water, so wie es Gerald Pollack bezeichnet hat, welches im Körper die Zellen mit einer natürlichen Schutzzone umgibt. Laut Hersteller wird durch die Alpha-Essenz der Energiestoffwechsel in den Mitochondrien stimuliert, sodass viele Menschen nach kurzer Zeit positive Auswirkungen auf die Vitalität und ihr allgemeines Wohlbefinden verspüren. Nächstes bitte. Und logischerweise als nächstes die Beta-Essenz. Die Beta-Essenz, die in einer Sprühflasche sich befindet, hydratisiert die Haut mit feinstem Nebel aus hexagonalem Wasser, also ebenfalls das Exclusion Zone Water, so wie auch in der Alpha-Essenz. Laut Hersteller beseitigt die Beta-Essenz Hautunreinheiten, beschleunigt die Regeneration und schützt die Haut vor vorzeitiger Alterung, sowie gegen äußere Umwelteinflüsse durch eine hexagonale Schutzmatrix. Eine Mischung aus H2O6-Molekülen in der Beta-Essenz reduziert Pathogene und unterstützt damit Heilungsprozesse. Ein konzentriertes System von Schutzclustern verhindert außerdem einen Feuchtigkeitsverlust der Haut bei zunehmendem Lebensalter. Es ist bekannt, wenn man als ein Kleinkind ist, ist der Hydratisierungszustand, also der Wassergehalt der Haut, sehr viel höher und nimmt als mit hohem Alter, nimmt einfach mit dem zunehmenden Alter ab und auf diese Art und Weise kann man mit der Beta-Essenz, laut Aussage des Herstellers, diesen Feuchtigkeitsverlust der Haut zumindest ein bisschen ausgleichen. Nächstes bitte. Der Hintergrund und die grundsätzlichen Überlegungen zu den von uns durchgeführten In-Vito-Untersuchungen. Wir haben sowohl Alpha-Essenz als auch die Beta-Essenz bekommen. Und dann war die Frage, welche Untersuchungen führen wir überhaupt durch? Zunächst einmal zum Hintergrund. Das waren die sehr positiven Rückmeldungen zu förderlichen Wirkeffekten von Anwendern, sowohl von der Alpha- als auch der Beta-Essenz. Und diese subjektiven, positiven Rückmeldungen, die von der wissenschaftlichen Seite her natürlich nicht akzeptiert werden, sondern einfach Kasuistiken sind, Fallbeispiele, wo jemand feststellt, dass er hier schöne Wirkeffekte in diesem oder jenem Sinne bekommt. Diese Wirkeffekte sollten mit aktuellen wissenschaftlichen Methoden, mit den Zellkulturen verifiziert werden. Zunächst die Alpha-Essenz. Die tägliche Dosis ist 30 Milliliter, ungefähr ein Schnapsglas. Auch wenn ich das jetzt in diesem Zusammenhang vielleicht nicht so sagen sollte. Also 30 Milliliter, entsprechend etwa 30 Gramm. Bei angenommener theoretischer 100-prozentiger Bio-Verfügbarkeit und einer Verteilung in der Körperflüssigkeit von ungefähr 50 bis 70 Liter resultiert eine Konzentration der Alpha-Essenz im Organismus von ungefähr 0,5 bis 1,5 Milligramm pro Milliliter. Das ist ein wichtiger Wert, weil der nachher in den Grafiken, die die Ergebnisse darstellen, immer wieder auftaucht. Das ist also sozusagen die Kalkulation des Wertes unter Idealbedingungen im Organismus. Bei einer Verteilung in der Darmflüssigkeit ist die Konzentration ungefähr 10 Mal höher, weil wir einfach viel weniger Darmflüssigkeit als Körperflüssigkeit haben. Die Beta-Essenz wird nicht oral appliziert, sondern sie wird auf die Haut gesprüht. Hier ist natürlich eine Abschätzung sehr, sehr schwierig. Der eine macht mehrere Sprühstöße, der andere macht nur einen, sodass wir von einem mittleren Wert von ungefähr 1 bis 2 Milligramm pro Milliliter ausgehen. Das heißt, beide unterscheiden sich in ihrer Konzentration für unsere In-Vitro-Tests nicht sehr stark, sodass man sich an den Bereichen zwischen 0,5 und 2 Milligramm ganz einfach mal merken sollte, damit man nachher die Grafiken gut verstehen kann. Nächstes bitte. Welche Wirkungen der beiden Produkte haben wir getestet? Wir haben selbstverständlich zuerst nach der Zellvitalität nach 24-stündiger kontinuierlicher Einwirkung geschaut. Wir haben uns den Zell- bzw. Energiestoffwechsel ebenfalls nach 24-stündiger Einwirkung angeschaut. Dann ein ganz großes, interessantes Thema, Zellregeneration und Wundheilung, spielt sowohl im Darm bei Nahrungsmittelnunverträglichkeiten eine wichtige Rolle, als auch natürlich bei der Haut, wenn man sich geschnitten hat, sich verletzt hat oder andere Probleme mit der Hautoberfläche hat. Wir simulieren dabei, das sei der Vollständigkeit halber erwähnt, die sogenannte Granulationsphase. Das ist die Phase, die sich dadurch auszeichnet, dass Zellen hier wandern in diese Wunde, in diese künstliche Wunde, die wir machen, hineinwandern und sich dort vermehrt teilen, um diese Wunde, diesen zellfreien Raum, wieder zu schließen. Und als letztes, ebenfalls ein hochinteressantes Thema, haben wir oxidativer Stress im Gewebe durch endogen gebildete Radikale untersucht. So etwas findet man bei Entzündungen, bei sekundären Wundheilungsprozessen. Aber ich werde darauf im Detail noch ein bisschen später eingehen. Schauen wir uns zunächst auf der nächsten Folie die Zellvitalität an. Hier wird getestet, wie stark sich die Zellen unter dem Einfluss beider Essenzen innerhalb eines Tages vermehren. Dies ist somit unter anderem ein Marker für das Wohlfühlen der Zellen. Und kommen wir gleich zum Ergebnis. Die Alpha-Essenz haben wir an Darmepithelzellen getestet und bekam eine Steigerung um 50 Prozent im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle ohne Alpha-Essenz. Dies lässt eine erheblich verbesserte Integrität der Darmwandbarriere erwarten und auch möglicherweise eine schnelle regenerative Prozesse bei Schädigungen der Darmwand, des Darmwandepithels. Bei der Beta-Essenz bekamen wir bei Bindegewebsfibroblasten eine Steigerung im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle um mehr als 15 Prozent. Nächstes bitte. Danach hatten wir den basalen Zellstoffwechsel beziehungsweise Energiestoffwechsel, nach vorheriger 24-stündiger Einwirkungszeit von Alpha- und Beta-Essenz untersucht. Dabei wird getestet, wie stark der Energiestoffwechsel der Zellen in den Mitochondrien, dort wird ATP, Adenosintrifosphat, was unseren Körper sozusagen mit Energie versorgt, gewonnen. Und zwar nach der Einwirkung der Essenzen ist das durch Zugabe von Glucose aktivierbar. Und das Ausmaß dieser Aktivierbarkeit haben wir gemessen. Somit ist der Energiestoffwechsel und seine Aktivierbarkeit ein Marker für eine Steigerung, für eine mögliche Steigerung der Zellaktivität. Bei der Alpha-Essenz bekamen wir eine Steigerung von 19 Prozent bei Darmepithelzellen. Bei Bindegewebszellen interessanterweise um 28 Prozent, obwohl die Alpha-Essenz ja oral zugeführt wird, zeigt aber das Potenzial der Alpha-Essenz. Bei der Beta-Essenz bekamen wir bei den Bindegewebsfibroblasten eine Steigerung um 27 Prozent, was auch auf eine verbesserte Zellregeneration im Bereich der Haut hinweisen könnte. Nächstes bitte. Ich möchte Ihnen nicht nur etwas erzählen, sondern ich möchte Ihnen auch mal so eine grafische Darstellung zeigen, wie das entsprechend aussieht. Hier für die Alpha-Essenz der Zell- und Energiestoffwechsel. Da sehen Sie auf der einen Achse die Konzentration der Alpha-Essenz in Milligramm pro Milliliter und auf der senkrechten Achse der relative Zellstoffwechsel in Prozent. Dabei wird die Kontrolle, die also als Konzentration gleich Null gesetzt ist, das ist der am weitesten linke Punkt, gleich 100 Prozent gesetzt und die anderen Werte darauf bezogen. Dann sehen Sie, dass es zu einem sehr schnellen, starken Anstieg speziell bei Bindegewebsfibroblasten kommt, aber auch bei den Darmepithelzellen, die hier rot dargestellt sind. Und dieses verbleibt in etwa bei höheren Konzentrationen, sinkt dann bei ganz hohen Konzentrationen wieder ab. Aber, ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, wir liegen für die Anwendung in einem Bereich von 0,5 und maximal 2 Milligramm pro Milliliter, sodass wir genau diesen Anstieg haben und damit diese Übertragbarkeit auf eine realistische In-Vivo-Situation, wo wir diesen Zunahme des Energiestoffwechsels gemessen haben. Ich hatte schon ein bisschen was zur Zellregeneration und Wundheilung gesagt, dass unser Modell die Gradulationsphase, nämlich die Zellwanderung und Zellteilung sowie die Gewebefestigung simuliert. Und Sie müssen sich das folgendermaßen vorstellen. Wir haben auf der linken Seite eine Zellkulturschale, in der befindet sich ein Silikonrahmen mit vier Stegen. Das ist hier sehr schön zu sehen. Das Rote ist wieder das Kulturmedium. Und zwischen diesen Stegen werden die Zellen ausgesät. Und dann sieht man, wenn die Zellen dann dicht an dicht gewachsen sind und man zieht diesen Silikonrahmen ab, dass man einen scharfen zellfreien Raum hat, da wo nämlich die Stege auf der Petrischale unten aufgesessen sind. Und in diesen zellfreien Raum können dann die Zellen einwandern und wieder verschließen. Das nächste, bitte. So sieht die Zellregeneration mit der Alpha-Essenz aus bei den Darm-Epithelzellen nach 14 Stunden. Wir haben links eine unbehandelte Kontrolle. Das ist links und rechts jeweils die Zellschichten. In der Mitte war der Steg, der zellfreie Raum, in den diese Zellen einwandern. Und auf der rechten Seite mit einem Milligramm pro Millil der Alpha-Essenz. Da muss man sagen, wir haben mit 0,5 Milligramm pro Milliliter bessere Effekte bekommen als jetzt mit 1 Milligramm pro Milliliter. Da ist der Unterschied zur Kontrolle nicht sehr groß. Ich habe es trotzdem mal dargestellt, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Auf der nächsten Folie sieht man bei der Beta-Essenz und den Bindegewebsfibroblasten den Unterschied sehr viel deutlicher. Links wieder die unbehandelte Kontrolle. Der zellfreie Raum, der noch nicht durch Zellwanderung und durch Zellteilung verschlossen wurde. Auf der rechten Seite mit der Beta-Essenz mit 0,5 Milligramm pro Milliliter. Und da sehen Sie, dass dieser Raum viel weniger geworden ist. Das heißt, die Beta-Essenz in dieser Konzentration stimuliert die Zellregeneration und auch die Wundheilung in der Haut, auf der Haut sehr, sehr deutlich. Nächstes, bitte. Das letzte Thema, was ich anschneiden möchte, ist die Frage nach oxidativem Stress. Sie alle wissen sicher, was oxidativer Stress ist. Ich möchte es aber noch mal ganz kurz von der wissenschaftlichen Seite her ein bisschen näher beleuchten. Man bezeichnet unter diesem Begriff eine Stoffwechselsituation, die durch eine zu hohe Konzentration an reaktiven Sauerstoffverbindungen, sogenannten ROS für Reactive Oxygen Species beziehungsweise Sauerstoffradikalen gekennzeichnet ist, welche durch die körpereigenen Enzyme nicht mehr neutralisiert werden können. Wir haben körpereigene Enzyme, die in der Lage sind, einen radikalen Überschuss, der immer im Stoffwechsel gebildet wird, nämlich in den Mitochondrien, durch die Bildung von ATP, zu inaktivieren. Aber wenn zu viele Sauerstoffradikale vorhanden sind, dann sind diese körpereigenen Enzyme überfordert und es kommt dann zu dieser Stoffwechselsituation zu oxidativem Stress. Dabei spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob diese reaktiven Sauerstoffverbindungen von außen aus der Umwelt kommen, Xenobiotika, elektromagnetische Felder und viele andere Noxen, die auf uns tagtäglich einwirken oder im Körper selbst generiert werden. Radikale aus der Umwelt, ich hatte es schon gerade genannt, Xenobiotika, Luftverschmutzung, Umweltverschmutzung, elektromagnetische Felder und körpereigene Radikale, die produzieren wir selbst, wenn wir Stress haben, also in Stresssituationen. Lokal im Gewebe, bei Entzündungsprozessen, auch das führt zu einem Radikalüberschuss und damit zu einem oxidativen Stress im Gewebe. Und die Radikale schädigen zahlreiche Zellstrukturen, wie die Zellmembranen, Proteine, Enzyme, aber auch das Erbgut. Speziell, wenn das Erbgut geschädigt ist, kann es zur Entstehung von Tumoren kommen. Nächstes bitte. Ich habe hier mal dargestellt, wie so oxidativer Stress bei Zellen aussieht. Da sieht man oben links A, das ist eine normale Zellkultur, das sind Bindegewebsfibroblasten, so wie wir sie auch vorhin gesehen haben. Und die werden jetzt oxidativen Stress künstlich ausgesetzt. Und dann sehen Sie B, nach kurzer Zeit fangen diese Zellen an, sich abzurunden, abzukugeln. In C ist es schon weiter fortgeschritten. Dann lösen die sich sogar von der Unterlage ab. Man sieht, mit Pfeilen dargestellt, sogenannte Apoptosen, also programmierter Zelltod, in denen die Zellen dadurch getrieben werden. Und bei D, die komplette Zellzerstörung, da lebt keine einzige Zelle mehr, das ist einfach nur noch Zelltrümmer, sogenannte Debrie-Zellschrott. So ist oxidativer Stress in der Zellkulturschale zu sehen. Und das können wir natürlich auch entsprechend untersuchen. Nächstes bitte. Wir haben uns konzentriert auf den lokalen Überschuss von körpereigenen Radikalen im Gewebe, weil wir hier einen sehr interessanten experimentellen Test haben. Wir gehen von einem bestimmten Zelltyp aus, den wir differenzieren zu sogenannten funktionalen neutrophilen Granulozyten. Hört sich fürchterlich an, ist aber eine Zelle, die bei uns im Blut zuständig ist für die unspezifische primäre angeborene Immunabwehr. Aber diese Zellen können auch aus dem Blut in ein entzündetes Gewebe einwandern und dort Sauerstoffradikale bilden. Diese Zellen, die auch Fresszellen genannt werden, sind in der Lage, Sauerstoffradikale zu bilden, was einmal im Blut wichtig ist zum Abtöten von eingedrungenen Fremdkeimen im Gewebe, aber kontraproduktiv ist, weil es das Gewebe auch zerstören kann und so einen Entzündungsprozess chronifizieren kann. Das heißt, der Entzündungsprozess wird dann über einen längeren Zeitraum einfach angetriggert und besteht fort. Nächstes bitte. Wie gesagt, das können wir im experimentellen Modell sehr gut simulieren und hier sehen wir auch schon das Ergebnis zur Hemmung der endogenen Radikalbindung im Gewebe durch entzündungsvermittelnde Zellen. Da sehen wir einmal in Rot das Ergebnis für die Alpha-Essenz und in Grün das Ergebnis für die Beta-Essenz. Bei Konzentrationen zwischen 0,5 und 2 Milligramm pro Milliliter liegen wir bei unserer Hemmung der Radikalbildung in einem Bereich, wo wir sagen können, so zwischen 30 und ungefähr 70 Prozent Hemmung. Eine komplette Hemmung streben wir gar nicht an, weil dann würden wir natürlich auch unsere primäre Abwehr im Blut in Mitleidenschaft ziehen und die brauchen wir natürlich für eingedrungene Fremdkeime, für sogenannte mikrobielle Pathogene. Das heißt, wir liegen hier in einem sehr schönen, interessanten Bereich, der für Entzündungsprozesse und deren Chronifizierung von ganz entscheidender Bedeutung hier ist. Nächstes bitte. Damit komme ich zu meinem vorletzten Folie, nämlich die Zusammenfassung und Schlussfolgerungen. Ich habe Ihnen jetzt eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Daten mit vielen Zahlen, Material, Grafiken und allen möglichen präsentiert, aber ich möchte es noch mal ein bisschen griffig zusammenfassen, nämlich Alpha- und Beta-Essenz haben unterschiedliche förderliche Wirkeffekte. Die Alpha-Essenz, förderliche Wirkung zum Erhalt der Integrität der Darmwandbarriere, das steht hier im Vordergrund. Bei der Beta-Essenz, die Regeneration und Vitalität der Haut. Beiden gemeinsam ist jedoch die signifikante Wirkung gegen lokalen oxidativen Stress im Gewebe durch die endogen gebildeten Radikale im Überschuss. Die Ergebnisse zeigen das Potenzial beider Produkte sehr eindrücklich und bestätigen die Beobachtung von Anwendern. Und mit den Ergebnissen, die ich jetzt hier vorgestellt habe, dürfen wir die positiven Wirkungen, die wir in der Zellkultur gewonnen haben, erhalten haben, durchaus mit gewissen Einschränkungen auf die In-Vivo-Situation übertragen. Wir dürfen sie nicht eins zu eins übertragen, aber wir erkennen, dass Alpha-Essenz und die Beta-Essenz das entsprechende hochinteressante förderliche Potenzial haben, auch in Vivo das alles durchzuführen. Damit komme ich zu meiner letzten Folie, bei der ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanke. So, vielen Dank für diese Vorstellung. Ich möchte mich bei allen entschuldigen für die technischen Probleme, die wir hatten. Also der Künstler oder die Künstlerin, die es da hingekriegt hat, während der Präsentation auf dem Schirm zu malen, da möchte ich mich auch bedanken. Hat Spaß gemacht wahrscheinlich. Gehört dazu. Das ist die Pre-Launch-Phase, wie ich immer sage. Da passen noch diese Fehler an. Habe ich gerade mit Helena und Laura besprochen. Machen wir besser fürs nächste Mal. Aber auf jeden Fall, was ich noch dazu ergänzen möchte, ist diese Wissenschaft, wo Sie Herr Dr. Professor Datsch bringen, ist für uns wichtig. Wir haben in der Schweiz vor ein paar Wochen eine wissenschaftliche Sendung miteinander aufgenommen. Und da haben wir auch ausgetauscht, dass wir noch weitergehen in diese ganz verschiedenen Studien. Und deswegen möchte ich hier nochmal auch betonen, dass diese zwei Produkte für uns super wichtig sind. und dass wir da auch an den ganzen Studien weitermachen werden, damit die Vertriebspartner immer mehr an die Hand bekommen, an Beweise, was das Produkt alles kann. Weil gerade nach der Aktion vom Wochenende habe ich gesehen, was die Vertriebspartner in diesem Produkt erkennen. Es ist eine reelle Chance. und die Kombination von Alpha, Beta ist, wie man gesehen hat, unglaublich. On top haben wir Quantark. Das werden wir auch in den nächsten Tagen vorstellen. Aber ja, ich möchte mich nochmal bei Ihnen, Professor Dr. Datsch, nochmal bedanken für diese ganzen Investitionen an Zeit, wo Sie machen. Ich weiß, dass Sie auch da dieses Thema sehr spannend finden mit unseren Produkten. Und ja, und Sie sind auch in Straßburg dabei. Können Sie das bestätigen? Ja, das kann ich definitiv bestätigen. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich, dass ich heute Abend hier sein durfte und Ihnen diese Ergebnisse präsentieren durfte. Für Straßburg möchte ich schon mal so ein kleines Schmankerl vorausschicken. Ich hatte davon gesprochen, dass man diese Zellstrukturen, das, was in der Zellkulturschale passiert unter dem Einfluss von Alpha- und Beta-Essenz, dass man das dynamisch visualisieren kann in Form von Zeitraffer-Videos. Das heißt, das, was in der Zellkulturschale in 20, 30, 40 Stunden passiert, kann man durch Zeitraffer zusammenfassen auf 30 bis 40 Sekunden. Und hier haben wir bereits angefangen, solche Zeitraffer-Videos zu drehen. Eine Serie ist schon fertig. Gigantisch, kann ich nur sagen, weil man sieht wirklich, was die Zellen da in der Zellkulturschale treiben. Und ich gehe mal davon aus, dass bis Straßburg die Serien komplett fertig sind, sodass ich dort dann auch die entsprechenden Zeitraffer-Videos präsentieren kann. Dürfte sicherlich sehr, sehr eindrucksvoll werden. Ansonsten bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für die freundliche Aufnahme, für Ihre Aufmerksamkeit und dass ich heute Abend hier sein durfte. Wenn auch nur auf Distanz vor meinem Computer. Aber das holen wir in Straßburg alles nach. Kein Problem. Gerne, gerne. Vielen Dank und schönen Abend an alle. Danke gleichfalls. Tschüss.